Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir befinden uns für euch auf der Gamescom 2014. Genauer gesagt, wo? Das weiß ich auch nicht. Im Business-Bereich. Auf einer Rolltreppe. Und die fährt uns geradewegs nach oben aus dem Business-Bereich und zwar direkt in das Herzen der Messe zu euch und wir werden euch jetzt mal besuchen in der Consumer-Halle und schauen, was bei euch so abgeht. Ja, ihr seht gerade die Leute, die anstehen für den Currywurst-Stand, denn es hieß, ach du Scheiße, was hier für ein Dunst hochkommt. Ob die nicht weiterreichen, wenn ich mich jetzt fallen lasse? Ich habe es letztes Jahr probiert und sie haben nichts gemacht. Ich bin einfach nur gefallen. Ja, guck mal da, hier. Bernd das Brot. Da habe ich ungefähr, ich glaube, mit dem ersten Teil 240 Stunden drin versenkt. Ganz kurz, wir sind gerade unterwegs und wollen wissen, wie finden die Leute Bernd das Brot? Erfüllt es die Erwartungen, die hohen Erwartungen, die man in das Spiel stellt? Oder findest du eher, kann man mal lassen. Preispyramide ja, Vollpreis? Ne. Also ich würde jetzt sagen, es ist schon ein gutes Spiel und die Erwartungen sind auch recht gut. Also die Erwartungen zum Spiel auch gut, ja. Also Spaß gehabt soweit? Ja, schon. Es ist sehr interessant und auch sehr erfordern. Also wenn man Zeit hat und auf solche Spiele steht, ist es schon richtig gut. Ist es so brutal, wie man denkt, wenn man den Titel liest? Weil da denkt man ja schon... Ja, also, Bernd das Brot. Aber dir geht es doch gut soweit? Gut, alles klar. Dann viel Spaß noch und don't do trucks. Wir stehen gerade vor der Arbeitsecke von der Gamescom. Hier sitzen alle die Leute, die bei den Anspiel-Events nicht weiter wussten und die haben hier ein paar Minuten Zeit, um die Komplettlösung nachzulesen. Und mit anderen Worten gesagt, hier sitzen die richtigen Noobs. Die Noobs der Noobs. Entschuldigung, für was steht ihr hier eigentlich gerade an? Für Oculus Rift. Ach wirklich? Dann lohnt es sich ja sogar. Weil ich habe es von hier aus nicht gesehen, für was hier ansteht, aber wow. Und richtig... Und richtig gemein, man wird hier schon richtig angeteasert, was da noch so geil ist. Kommt, vielleicht kannst du es mal abfilmen. Man sieht es so ein bisschen. Und wie lange müsst ihr denn noch warten? Wisst ihr das? Oh, ich hoffe nicht mehr lange. Ich hoffe nur noch 20 Minuten vielleicht. Halbe Stunde? Halbe Stunde, 20 Minuten. Das ist schon eine Portion. Aber ich kann es euch sagen, es lohnt sich sehr. Hast du selber ausprobiert? Ja, ich habe schon angespielt und es ist... Welches Spiel ist das Beste? Welches soll ich probieren? Ich habe nur so eine Weltraum-Simulation gespielt, aber die war der Knaller. Du sitzt drin und denkst dir, Star Wars, es ist echt geworden. Okay, dann suche ich die mal. Ja, also viel Spaß und gutes Durchhalten. Dankeschön. Wow. Ach, das sind nur Stofffäden. Ich dachte, das wären jetzt Hightech-Laser. Wenn man da durchläuft, ist man... Oh, ich kann nicht widerstehen. Ey, fass das nicht an. Fass das nicht an. Das ist echt krass. Wollen wir Lollis verschenken? Sollen wir Lollis verschenken? Wir haben ja noch ein paar Lollis. Wir könnten doch einfach mal in so einen Lolli so reinwerfen und gucken... Aber was spielen die da eigentlich? Ach, die spielen League of Legends, oder was? Ach, geil. Ey, League of Legends, super Spiel. Das Spiel hat es nötig, dass man es noch ein bisschen pusht. Das spielen momentan, glaube ich, nur 60 Milliarden Menschen. Schaut es euch mal an. Aber komm, wir machen das jetzt heimlich. Stell dich da jetzt hin. Da hinstellen und filmen uns unter dem Schild. Wir stellen uns schnell zum Schild. Gregor, YouTube-Star für ein paar Sekunden. Los. Wie fühlt man sich als YouTube-Star? Brühmt Ohr. Der Weg ist so peinlich. Entschuldigung, können wir euch ganz kurz stören, oder macht ihr gerade was total Wichtiges? Okay. Nur die Frage, wie stellt man sich in so einem Kostüm an? Bei so einer Warteschlange, wie findet man da Platz, sich anzustellen? Oder stellt ihr euch überhaupt an? Also, wir sind ja alle vier Tage hier. Das heißt, heute stellen wir uns nicht an und machen es dann in den nächsten Tagen. Und meistens ist es so, dass wenn man etwas aus dem Spiel cosplayt, die Hersteller oder die Leute am Stand recht freundlich sind. Wenn man aus dem Spiel etwas cosplayt, muss man ganz anstehen. Das ist natürlich ein Vorteil. Ja. Auch eine Meinung dazu? Oder einfach nur Ja? Nur Meinung. Siehst du es anders? Nö. Und wen cosplayt ihr eigentlich? Princess Daisy aus Mario. Princess Peach. Das war offensichtlich. Das war offensichtlich. Dann winkt nochmal kurz in die Kamera, als hättet ihr ganz viel Spaß und als wäre es überhaupt nicht warm hier drin. Okay. Dankeschön. Danke.